In Tirol wird man auch oft mit Heil begrüßt. Na, Heil! Wie heißt es jedes Mal? Ich meine, die meinen es nicht böse, angeblich. Aber, ich werde dann immer ganz wienerisch. Wenn mich einer in Tirol mit Heil begrüßt, dann habe ich immer gesagt, ein Seidl, ein Melange, Papa, Freunde, oder? Ja, da werden sie aber auch raffert, ja? Weil sie mal im Zillertal Skifahren, in der Vorsaison, brauche ich noch nicht sagen, schönste Zeit zum Skifahren, noch wenig Leute auf der Piste, aber alles ist schon offen, Probebetrieb, die Lifte, die Almhütten, alle sind schon in freudiger Erwartung. Und ich bin mit seiner Sechserkondel raufgefahren, ganz allein. Ich liebe es, allein Skifahren. Niemand bestimmt meine Route, meinen Rhythmus, meine Geschwindigkeit, nur die Piste und ich. Und in der Mittelstation sind ein paar so jugendliche Einheimische eingestiegen. Heil! 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 Grüße, ihr Geschissenen! Und die waren aber gut drauf und haben irgendwann einmal angefangen, Tirol, den Tirolern, Tirol, den Tirolern, und sagen, Moment, Burschen, wenn das wirklich so wäre, dann müssen Sie sich aber zu Fuß mit den Breteln raufgehen. Weil den Lift gibt es dann keinen mehr.